Hallo zusammen, mein Name ist Jalli und nach dem Intro gibt es wieder ein wunderschönes Reisevideo aus Deutschland, diesmal vom herbstlichen Schloss Ramholz bei Schlüchtern. Das Schloss in seiner heutigen Form, das verschiedene Baustile kombiniert, gibt es seit 1896, wurde aber erstmals 1167 urkundlich erwähnt. Ein Spaziergang rund ums Schloss und seinen schönen Garten lohnt sich vermutlich zu jeder Jahreszeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder abonniert auch meinen YouTube-Kanal und jetzt viel Spaß mit dem Video Film ab! Bis zum nächsten Mal! 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 Untertitelung des ZDF, 2020